Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von Phil Filler. Heute habe ich für euch den Mont Blanc Meisterstück Nummer 146. Hier haben wir eine schöne cremefarbene Umverpackung, das ist ein Karton von Mont Blanc. Hier oben prangt dann das Mont Blanc Logo drauf. An der Seite habe ich die Markierung, dass es sich um FSC Mix Papier handelt, also die Umverpackung hier, und ein Grünpunkt, dass ich dann alles recyceln kann. Verpackt ist er dann hier noch mit so Laschen. Der Karton lässt sich sehr leicht öffnen. Zum Vorschein kommt hier ein schönes Etui, was hier eine leichte Struktur aufweist. Hier auch wieder schön mit einem Mont Blanc Logo. Es sieht vom Weiten aus, als ob das Leder wäre, aber es fühlt sich auch eher nach gepolstertem Kunststoff an. Also ich würde jetzt von der Haptik her sagen, das ist ja das Etui ist hier kein Leder. Hier unten sieht man, dass es auch in China hergestellt worden ist, also die Box. Okay, na gut, wahrscheinlich werden die meisten Mont Blancs auch nach Asi mittlerweile verkauft. Dann habe ich hier nochmal eine schöne weiße Kante, wo dann der Fillfederhalter drinnen liegt. Ja, ist eine schöne Verpackung. Und wenn man die jetzt hier öffnen, also die lässt sich relativ schwer öffnen. Also was heißt relativ schwer? Hier hinten scheint eine Scharniere zu sein, womit ich den dann öffnen und schließen kann, sodass der noch öffnen bleibt. Hier kommt dann ein Service Guide Heft für den Fillhalter. Und hier im Innenraum habe ich dann alles hier nochmal, ist auch nochmal schön gepolstert, damit hier dem Mont Blancs Füllfederhalter nichts passieren kann. Aber jetzt kommen wir erstmal hier zum Service Heft. Das ist das Service Guide. Das haben wir hier in mehreren Sprachen steht dann wieder hier was zum Füllfederhalter drinnen. Hier haben wir dann zum Beispiel was Allgemeines. Da steht dann wieder zum Beispiel was zur Pflege, dass man den Füllfederhalter alle drei Monate Reinigung sollte. Und dass wenn man den auf Reisen nimmt oder im Flugzeug sollte dann die Feder, ich glaube, ja genau, die Feder sollte dann nach oben zeigen. Also da bildet sich dann ein Luftpolster und damit das beim Druckunterschied, damit die Luft dann nach oben entweichen kann. Und Ruckstände von der Tinte, ja. Das ist natürlich ganz klar. Und man sollte jetzt die Feder und die Kappe mit einem feuchten und fusselfreien Tuch reinigen. Hier, wenn man noch einen Mont Blancs Füllfederhalter mit Magnet hätte, hat man dann halt hier nochmal den Hinweis, dass man aufpassen sollte, wenn man jetzt einen Herzschrittmacher hat oder ein implantierter Isolinpumpe und so weiter. Aber der hat hier keinen Magnetverschluss, also kann man das hier umgehen. Hier schreiben sie dann noch was, wie der Mont Blanc aufzubewahren ist. Wenn er längere Zeit nicht verwendet wird, dann soll man die Tinte aus dem Füllfederhalter komplett entleeren und man soll dann den gereinigten Füllfederhalter dann auch verwahren. Ja, das war es jetzt zum Service Guide nochmal hin. Hier auf der letzten Seite haben wir dann hier die Produktnummer, die Seriennummer von Mont Blanc, das Kaufdatum und hier nochmal ein Stempel, wo man ihn gekauft hat. Hier haben wir dann den Mont Blanc Füllfederhalter. Der sitzt hier richtig schön fest in den Etui drin. Also hier ist dann die Ausbuchtung. Es sind so zwei Kissen, die pressen dann sich hier so schön an den Mont Blanc Füllfederhalter dran, sodass der dann hier schon richtig fest drin sitzt. Und wenn ich den dazu machen würde, dann wäre der Mont Blanc Füllfederhalter auch richtig schön geschützt. So, er bleibt auch offen stehen und hier kann man so richtig schön beides, ja, schön verwahren. Ist eine schöne Verpackung. Jetzt kann man noch kurz gucken. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Das Heftchen wird hier auch nicht in Deutschland gedruckt. Das kommt auch aus China. Also wurde auch verlagert. Dann kommt wahrscheinlich nur noch der Füllfederhalter hier aus Deutschland und der Rest halt zugekauft aus Fabriken aus China. Naja. Ja, ich hoffe, das Unboxing-Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt den Füllfederhalter ausgiebig testen und euch dann davon noch berichten. So, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute.